Musik Vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich riesig darüber. Das ist das erste Mal, dass wir ein etwas unkonventionelles Züchter-Event machen. Ein Tasting für die Zweibeiner, ein Tasting für die Vierbeiner. Wir haben eine Strecke von 4,6 Kilometern. An jeder Station wird ein bisschen was probiert und verköstigt. Austausch ist das Thema, ein bisschen Netzwerken. Einfach einen schönen Nachmittag mit uns und Eukonuga erleben. Musik Ja, mein Name ist Heiko Wagner. Ich züchte Doggen seit 35 Jahren nunmehr. Und wir sind mit Eukonuga sehr zufrieden. Wir ziehen alle unsere Welpen damit auf. Es ist eben wichtig, dass wir in der Aufzuchtphase für große Rassen ein verträgliches Futter haben, das für den Stoffwechsel einwandfrei ist und gut zu verwerten ist. Musik Mein Name ist Lou Philipp Schmidt-Paget. Ich bin heute hier mit dem Weingut Axel Schmidt und Eukonuga. Wir machen eine kleine Weinprobe zwischen den Weinbergen. Wir können mal hier rüber gucken. Drei verschiedene Weine jetzt hier. Einen weißen Burgunder, einen Riesling und einen Sauvignon Blanc. Ich würde mich freuen, wenn ihr die alle mal durchprobiert. Also kommt vor, traut euch. Dankeschön. Musik 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 Mein Name ist Michaela Mühlemeyer. Ich züchte seit 26 Jahren afghanische Windhunde. Und ich bin vor dreieinhalb Jahren zu Eukonuga gekommen. Da habe ich die Betty kennengelernt. Die Betty ist mehr als für uns nur eine Futterberaterin. Die ist wie eine Freundin für uns geworden. Die kennt halt die Bedürfnisse unserer Hunde. Und dadurch fühlen wir uns sehr wohl und haben große Erfolge mit unseren Hunden. Musik Hi, ich bin der Fabio. Ich mache seit circa zehn Jahren Zughundesport. Wir füttern das Eukonuba Vulcan in Endurance und sind mega happy damit. Alle unsere Hunde vertragen super. Fressen es gern, sogar die, die sonst immer etwas schnäubig waren. Musik Musik My name is Ina and I'm the breeder of Ina's Fashion Greyhounds. I have successful weaning Greyhounds all over the world and I'm very proud about them. Eukonuba is one very important factor of our success. Wir haben eine tolle exklusive Weinwanderung mit unseren Züchterkunden gemacht. Wir haben ein spezielles Tasting für die Hunde gehabt, konnten unsere neue getreidefreie Range vorstellen und haben die Verknüpfung gehabt mit hoher Qualität im Futter und auch in den Weinen, die probiert worden sind. Und wir freuen uns einfach zusammen, einen wundervollen Tag und Nachmittag verbracht zu haben und genießen die Gegend, das Event unserer Hunde und die Liebe zu den Hunden. Musik Musik